What's up guys, Multi hier, willkommen zum neuen Video. Ihr wisst ja, mittlerweile gibt es für jeden Markt, für jede Branche, für jede Nische gibt es den passenden ETF. Und die besten ETFs und Fonds dieses Jahr kommen aus der E-Commerce-Branche. Es gibt Fonds, die haben sage und schreibe 100% auf Jahressicht zugelegt. Wie kam es dazu? Na klar, durch Corona, durch die Corona-Pandemie, durch die Folgen. Die Leute bleiben mehr zu Hause, bestellen online, die Ware wird dann an die Haustür geliefert. Das umfasst E-Commerce. Gleichzeitig, was hat noch profitiert? Natürlich E-Payment, die Leute nutzen. Vorwiegend zum Bestellen online Lösungen wie Paypal. Trotzdem will ich dort so ein bisschen meine Investitionen rausziehen, weil ich denke, das kann sehr leicht und dann sehr schwerwiegend disrupted werden. Also wir stellen uns mal vor, es kommt so etwas wie ein Zentralbankgeld, digitales Zentralbankgeld, ein digitaler Euro. Der wird dann per Gesetz in jeden Online-Shop integriert und als Zahlungsabwicklungsmittel angeboten. Und das führt natürlich dazu, dass Paypal dann auf einmal gar nicht mehr diese Unternehmensbewertung, die aktuell dem Aktienkurs zur Runde gelegt wird, aufrechterhalten kann. Ich finde, Ertrag und Risiko passen einfach nicht. Das Risiko ist zu groß. Und E-Commerce, auf der anderen Seite, natürlich wird der Staat nicht irgendwie E-Commerce disrupten. Also der Staat wird nicht auf einmal anfangen, ein T-Shirt zu verkaufen. Das passiert nicht. Und deswegen will ich in E-Commerce mehr investieren. Ich zeige euch jetzt den Fonds, das schauen wir uns an und ich stelle euch meine Einzelwerte vor. Das ist der Global Online Retail Fonds von der Hansa Invest, ein klassischer Fonds. Ist nicht so beliebt. Wir sehen es am Gesamtfondsvermögen von gerade mal 41 Millionen. Das ist natürlich nicht zu viel. Wir sehen hier auch, dass der Fonds relativ viel Cash hält. 11 Prozent, das mag man natürlich nicht als Investor. Wenn ich in Aktien investieren will, dann will ich nicht hier 10 Prozent oder noch mehr an Cash mit mir rumführen und darauf dann noch Vorgebühren zahlen. Das sehen wir hier im Fondsprofil. Wir sehen hier, was wir für Gebühren hier anfallen. 1 Prozent, das ist schon recht viel. Das geht mit ETFs heute deutlich günstiger. Wir sehen bei der Wertentwicklung, sehen wir die Performance und die ist halt wirklich bemerkenswert. 100 Prozent auf Jahressicht und seit Auflegung macht der Fonds rund 30 Prozent pro Jahr. Das ist deswegen bemerkenswert, weil ETFs, man könnte ja meinen, die sind da, ja, günstiger sind sie auch. Aber das heißt nicht gleich, dass sie ungefähr die gleiche Rendite abwerfen. Wir sehen hier, in einem Jahr hat der Emerging Markets Internet and E-Commerce wahrscheinlich 62 Prozent gemacht und der E-Commerce Logistics ETF gerade mal 26 Prozent. Also das ist schon ein großer Unterschied. Und deswegen wollte ich euch davon berichten. Und wir schauen uns jetzt mal die Anlagestruktur an. Wir sehen, wie denn diese Performance zustande kam, trotz relativ großem Cash-Einteil. Wir sehen hier Investitionen in Amazon, Zalando, Alibaba. Alles drei Werte, die ich bereits besitze. JD.com an fünfter Stelle ist heute der erste Einzelwert, den ich zukaufen werde. Etsy habe ich auch schon. Asus haben wir auch schon gekauft. So kam diese Überrendite zustande. Gut, ich habe es verraten. Der erste Einzelwert ist JD.com. JD.com ist quasi das chinesische Amazon, steht in direkter Konkurrenz zu Alibaba. Was JD.com anders macht als Alibaba, sie verkaufen auch ihr eigene Produkte, also direkt an den Kunden, so wie Amazon das auch macht. Da treten sie selber als Händler auf, verkaufen sie direkt an die Kunden. Dazu kommt, dass im Gegensatz zu Alibaba, JD.com stark in Logistik investiert. Sie liefern auch die Ware selber aus, so wie bei uns manchmal die Ware von Amazon kommt, statt von der Post. So was macht eben auch JD.com. Das scheint ganz gut anzukommen bei den Chinesen. Die Aktie ist sehr gut gelaufen. Es gab damals, entweder hier oder vor 2017, den Knick. Da wurde der CEO für eine Nacht festgenommen, wegen Missbrauchsvorwürfen. Das war quasi so der Tiefpunkt und seitdem ging es hoch. Und die Aktie wurde mir auch in den Kommentaren empfohlen. Seitdem beobachte ich sie und musste hier diesen starken Anstieg ansehen. Gut, kommen wir zum nächsten Einzelwert. Den finden wir hier nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Fonds auch in PinduDu investiert ist. Together, more savings, more fun. Was macht PinduDu anders als Alibaba, als JD.com, als Amazon? Ich bin gerade das erste Mal hier auf der Webseite. Also was macht PinduDu? Bei PinduDu schließen sich die Käufer zusammen. Das ist wie so ein Social-Netzwerk über Käufe. Man schließt sich zusammen und kriegt dann einen verstärkten Rabatt auf die Produkte. Ich finde das sehr, auch aus ökonomischer Sicht, sehr interessant, weil das eigentlich die Position der Käufer stärkt. Also die Preissetzungsmacht wandert vom Monopolisten, würde ich mal sagen, oder vom Plattformbetreiber, so wie das bei Amazon ist, wandert hier in dem Fall mehr zu den Käufern. Und das macht natürlich die Plattform auch attraktiver für die Käufer, weil dann die Preise niedriger sind. Wenn die sich zusammenschließen und sagen, ja, wir kaufen so und so viel, macht uns mal einen guten Preis, und dann bekommen die den guten Preis, dann werde ich natürlich auf dieser Plattform lieber kaufen, als zum Beispiel auf JD.com, wo ich da den Standardpreis zahlen muss. Die Frage natürlich, die man sich stellen muss, sind dann auch die Verkäufer so zahlreich vorhanden, denn die müssen dann schlussendlich auf höhere Preise, höhere Einnahmen verzichten. Wirklich interessant, das belohne ich auch mal mit einem Kauf. Ihr seht es hier, wie die sich zusammenschließen. Like und dann, jo, du auch like, und dann lass mal ordern zusammen und schon wird es günstiger. Irgendwie so. Dann kommen wir zu Maiton Dainping. Das ist der größte Lieferservice der Welt. Wow! Personenvereinigung, ja, so ungefähr. Im Grunde ist es nichts anderes als Delivery Hero oder Just E-Takeaway. Zu beiden habe ich schon ein Video gemacht. Schaut euch das am besten an, wo ich wirklich erkläre, wieso ich in solche Lieferservices investiere. Ich werde hier eine Position, wahrscheinlich eine größere Position, als bei Delivery Hero einnehmen. Dann kommen wir zum letzten Wert. Zu Ebay ist natürlich auch eine Art Monopolist, gerade bei Auktionen, wenn Leute ihre Sachen auf alle Fälle in einem gewissen Zeitraum loswerden wollen. Was machen sie dann? Dann starten sie eine Auktion. Ebay wirbt immer mal wieder mit Rabatten, auch für Verkäufer. Das macht auf mich den Eindruck, dass das Geschäft nicht so gut läuft. Aber was man bedenken sollte, ist, dass Ebay sich wirklich auf das Kerngeschäft konzentriert, dort schon Monopolist ist. Wie gesagt, bei Auktionen dazu kommt noch ein Online-Geschäft. Bei Ebay gibt es oft die Produkte günstiger, als bei Amazon. Das heißt, hier werden Leute kaufen, die wirklich noch ein bisschen preissensibel sind, die sich ein bisschen umschauen, also nicht einfach blind bei Amazon kaufen. Viele von diesen Leuten landen dann bei Ebay. Das bedeutet Umsatz. Da gibt es auch immer wieder ganz lustige Annoncen bei Ebay Kleinanzeigen. Das gehört aber mittlerweile nicht mehr zu Ebay. Das finde ich auch gut, weil Ebay Kleinanzeigen ohne direkte Provision an Ebay nicht so lukrativ war. Man konzentriert sich jetzt wirklich auf das Kernbusiness, da, wo man Geld verdienen kann durch Provisionen. Das gefällt mir sehr gut und das belohne ich mit einem Kauf. So, das waren die vier Unternehmen Ebay, MyTuan, Deinping, Pindodo und JD.com. Damit werden wir hoffentlich diesen Fonds outperformen. Das wäre ja mega. Überleg mal mehr als 30% pro Jahr. Das wäre ja Wahnsinn. Also, ich glaube auch nicht, dass es so weitergehen wird. Wir kaufen natürlich hier wieder ganz oben, typisch in klassischer Multimanier. So ist es halt. Das soll es dazu gewesen sein. Jetzt kaufe ich noch bei Trade Republic. Lasst uns die Sache komplett durchziehen bis zum bitteren Ende. Da sind wir bei Trade Republic. Es ist gerade Nachmittag bei uns, Vormittag in den USA. Die Börsen haben gerade aufgemacht. Wir haben hier eine Bewegung nach oben. Es gibt wieder mal positive Nachrichten. Ein zweiter Impfstoff mit noch besserer Effektivität von, glaube ich, 94% wurde gerade verkündet. Wir kaufen das erste Unternehmen. Das ist MyTuan, Deinping. Das ist echt teuer. Ich würde gerne zum Limit kaufen, um mal zu schauen, ob das was bringt. 34,92 kaufen. Dann kommen wir zu Ebay. Wie wäre es, wenn wir hier nur 11 kaufen? JD.com Sie sollten vorbörstliche Quartalszahlen vorstellen. Hier oben auf dem High kamen die Moderna Impfstoff News. Das ist sehr cool. Wir können hier den Stream öffnen und dann kommen wir zum Earnings Call. Das haben sie echt gut umgesetzt. Das gefällt mir. Wir kaufen hier. Das wird unsere größte Position. Ich werde so 1.500 Euro investieren. Das muss ich mal wieder schnell im Kopf rechnen. 20 Stück. Ja, das machen wir. Da haben wir den Marktpreis. Wir schauen kurz auf den Spread. Der Spread beträgt 40 Cent. Das ist okay. Dann kaufen wir jetzt 20 Stück. Kaufen. Und wir sind hier dann doch ein bisschen günstiger reinkommen. Danke. Sehr nett. Gut, kommen wir zum letzten Wert. Zu Pindau-Dau. Schnell bevor die Kamera aufgibt. Wie viel haben wir noch übrig? 500 Euro kaufen wir vier Stück kaufen. Machen wir das. Kaufen vier Stück. Die Sache ist durch. Ich beende das Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Investment. Peace out and multi.